Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir Leute. Es wird momentan extrem interessant für den Bitcoin Preis, denn wir haben Volatilität in den Markt bekommen. Es wurde in den letzten Tagen wirklich extrem volatil. Wir haben einen enormen Pump beim Bitcoin gesehen und jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, wie geht es jetzt weiter? Was sind die nächsten möglichen Szenarien? Das Ganze besprechen wir heute in diesem Video. Wir schauen uns nämlich Bitcoin an, wir schauen uns Ethereum an, denn Ethereum befindet sich jetzt momentan auch über 2000 US-Dollar. Wir schauen uns an, welche Hindernisse es dort noch gibt. Zusätzlich noch, was die On-Chain-Daten uns sagen und natürlich, wann denn die nächsten Altcoins wieder pumpen könnten. Denn da habe ich noch etwas sehr, sehr Interessantes für euch gefunden. Also bleibt hier unbedingt bis zum Ende dran. Dann lasst jetzt ein Like da, abonniert den Channel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine weiteren Updates mehr verpasst. Wir starten jetzt direkt mit dem Video hier auf dem vierstündigen Chart, denn hier ist etwas sehr, sehr Interessantes heute natürlich passiert. Wir sind hier mit dem Bitcoin heute erstmal hochgepumpt bis auf fast 38.000 US-Dollar. Warum das Ganze? Die Menschen gehen natürlich davon aus, dass jetzt in den nächsten Tagen ein Bitcoin ETF approved wird und dementsprechend steigt die FOMO natürlich. Wir sehen hier einen extremen Pump, was allerdings ein wenig merkwürdig ist und diesen Pump von den letzten Jahren unterscheidet, ist darin, dass natürlich das Open Interest relativ hoch ist. Doch wir müssen immer noch sehen, dass das Spot-Volumen von Bitcoin relativ niedrig ist. Wir sind an einem sehr niedrigen Punkt von dem Spot-Volumen. Das Einzige, was jetzt erhöht ist, ist das Volumen für die Futures, für die Derivate. Und dementsprechend ändert sich das Ganze momentan natürlich. Es wird nicht mehr so viel Spot getradet. Darauf gehen wir nochmal auch auf dieses ganze Thema nochmal vielleicht in einem anderen Video drauf an, was denn dieser Bullenmarkt für Unterschiede zu den Bullenmärkten in den letzten Jahren haben könnte. Das wird jetzt hier natürlich den Rahmen springen. Was ist passiert? Wir haben hier, wie gesagt, sind hochgepumpt bis auf circa 38.000 US-Dollar. Dann ging es hier natürlich rapide mit der nächsten 4 Stunden Kerze runter, hier bis auf circa 35.600 US-Dollar. Dann ging es wieder hoch und jetzt sind wir momentan bei circa 36.500 bis 36.600 US-Dollar. Wir haben hier diesen aufsteigenden Channel gehabt, den wir ja in den letzten Videos besprochen haben. Hier war auch interessant diese Mittellinie dieses Channels. Denn wir haben erstmal natürlich hier einen Widerstand oben natürlich an dem Widerstand von diesem aufsteigenden Channel gehabt. Haben diesen Widerstand jetzt nach oben hindurchbrochen. Es gab noch eine Art, ja, kleinen Retest hier mit dieser 4 Stunden Kerze. Dann gab es diesen enormen Wicken hoch. Dann wieder schlagartig runter und wir sind wieder in den Channel gelandet. Wichtig hat auch, ja, diese Mittellinie hier von diesem Channel hat auch in den letzten Tagen eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Denn wie wir sehen, war diese Mittellinie immer ein sehr, sehr wichtiger Widerstand. Wir wurden hier mehrmals immer wieder rejected. Wie an diesen Punkten, dann wurden wir hier nochmal rejected, dann nochmal hier. Und hier, als wir diese Mittellinie nach oben hindurchbrochen haben, sind wir hier natürlich enorm gepumpt. Was ist jetzt wichtig für den Bitcoin? Wichtig ist es jetzt für den Bitcoin, dass wir es unbedingt schaffen müssen, vielleicht hier diese 4 Stunden Kerze überhalb der 36.800 US-Dollar zu schließen. Also überhalb dieser Widerstandszone zu schließen. Denn sollte das nicht der Fall sein, gehen wir natürlich Gefahr, hier nochmal abverkauft zu werden. Warum das Ganze? Denn dann wäre das Ganze hier nur ein Fake-Out. Und wir hätten die Gefahr natürlich, dass wir hier nochmal auf die Mittellinie gehen, hier nochmal die Zone von circa 36.000 US-Dollar antesten. Das wäre genau dieses Hoch hier, dass wir die Gefahr haben, dass wir diese Zone nochmal antesten. Und im schlimmsten Fall natürlich, dass wir hier unten bei 35.000 US-Dollar nochmal diesen unteren aufsteigenden Support antesten. Dieser Support wurde massiv extrem oft angetestet. Und das wäre ebenfalls natürlich ein Szenario, welches sich jetzt hier natürlich ausspielen könnte. Das bullische Szenario wäre jetzt, wenn wir hier es schaffen, nochmal über 36.800 US-Dollar zuschließen und dann hier weiter hochpumpen und natürlich hier diese 38.000 US-Dollar aus dem Markt nehmen. Kommen wir jetzt natürlich auf die nächsten Charts hier. Auf dem Weekly-Chart ist das Ganze nochmal sehr, sehr interessant. Da sehen wir hier nochmal, welche enorme Rolle diese rote Box gespielt hat. Wir hatten ja immer wieder gesagt, dass diese rote Box der Schlüssel sein wird. Diese rote Box muss nach oben durchbrochen werden. Dann sieht das Ganze erst bullisch aus. Und so ist es auch gekommen. Wir haben es geschafft, diese rote Box, nachdem wir zweimal rejected worden sind, nach oben hin zu durchbrechen. Und charttechnisch sieht es natürlich auch Bitcoin, beiden Bitcoin relativ sehr, sehr bullisch aus. Denn wir haben hier eine bullische Marktstruktur. Wir haben weiterhin höhere Tiefs, die wir hier formen, bilden auch gleichzeitig immer wieder höhere Rote. Und das ist natürlich eine bullische Marktstruktur, die wir hier haben. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir hier nochmal einen möglichen Pullback für einen Retest in die Region von ca. 30.000 bis 32.000 US-Dollar sehen könnten. Das wäre noch ein mögliches Szenario, dass wir hier diese rote Box, die zuvor natürlich einen enormen Widerstand und Support geboten hat, dass wir hier nochmal diese rote Box antesten und einen Support hier bestätigt bekommen und dann hier weiterhin pumpen und der Bullenmarkt dann irgendwann nächstes Jahr losgeht. Das wäre natürlich das optimale Szenario. Kommen wir jetzt natürlich auf Ethereum. Denn bei Ethereum wird es auch momentan sehr, sehr interessant. Wir sind hier mit Ethereum wieder bei dieser wichtigen roten Box am Kleben an diesem Widerstand. Und jetzt wird sich natürlich entscheiden, werden wir hier jetzt es schaffen, endlich diese rote Box nach oben zu durchbrechen? Oder wird es natürlich so sein, dass wir hier wiederum rejected werden? Kurzfristig sieht es jetzt gerade natürlich sehr, sehr bullisch aus bei Ethereum. Wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, Moment, so. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ihr wisst ja, in den letzten Videos hatten wir diese, ja, diese Formation hier, diesen abfallenden Channel oder auch diese Bull Flag in dem Video besprochen. Denn wir haben hier diesen abfallenden Widerstand gehabt, wo wir auch in den letzten Tagen mit gekämpft haben hier bei diesem Widerstand. Und wir haben es jetzt natürlich geschafft, diesen Widerstand hier nach oben hin zu durchbrechen. Haben hier auch einen kleinen Retest gesehen hier und haben dann diesen Pump gesehen. Das Ganze ist natürlich passiert, als die News kam, dass BlackRock natürlich Interesse daran hat, beziehungsweise ein Filling in Delaware gemacht hat für einen iShares Ethereum Spot ETF. Und dementsprechend haben wir diesen Pump jetzt auf 2.000 US-Dollar gesehen. Ethereum hält sich aber relativ gut, noch über 2.000 US-Dollar, was natürlich ein gutes Zeichen ist. Doch langfristig müssen wir es schaffen, hier diese Zone nach oben hin zu durchbrechen. Das ist das Langfristige, was ja in der Regel schon bei Bitcoin passiert ist und bei Ethereum noch nicht. Wir müssen da sagen, Ethereum hängt hier ein wenig eigentlich hinterher. Diese Zone ist die Schlüsselzone für Ethereum, dass wir diese rote Box hier, an dem wir natürlich mehrmals abgewiesen worden sind, diese Zone nach oben hin durchbrechen müssen. Wir haben hier einen Support gesehen, mehrere Male in der Vergangenheit war es ebenfalls ein Widerstand. Und diese Zone muss natürlich nach oben hin durchbrochen werden, damit wir hier weiterhin auch sagen können, dass wir charttechnisch hier bullisch aussehen. Was wäre das bearish-Szenario? Das wäre, dass wir natürlich hier wieder abgewiesen werden und hier bei ca. 1.660 US-Dollar diesen wichtigen aufsteigenden Support hier antesten. Das heißt, dass wir hier den Retest nochmal sehen und dann mit einem nächsten Versuch es dann schaffen, diese Zone hier nach oben hin zu durchbrechen. Das heißt, diese Zone wird für uns erstmal extrem interessant. Wie kann es denn jetzt mit den anderen Altcoins allgemein weitergehen? Dafür habe ich hier noch etwas sehr, sehr Interessantes für euch. Und zwar sehen wir hier einmal den Chart. Crypto Total Market Cap Exclude Bitcoin. Das bedeutet natürlich alle Altcoins. Das heißt, der totale Market Cap von allen Altcoins, also außer Bitcoin, das ist nicht mit reingerechnet. Und hier sehen wir auch etwas sehr, sehr Interessantes. Hier haben wir nämlich auf dem Weekly Chart eine leicht abfallende Widerstandslinie, von der wir immer wieder mal rejected worden sind. Hier haben wir einmal einen Widerstand gesehen, sind rejected. Total Market Cap ist gefallen. Hier wurden wir rejected. Total Market Cap ist gefallen. Hier wurden wir rejected. Total Market Cap ist gefallen. Und jetzt sind wir hier ebenfalls an dieser Zone angelangt. Was könnte hier jetzt natürlich passieren? Idealerweise Bullish wäre natürlich, wenn diese abfallende Widerstandslinie nach oben durchbrochen wird. Das würde bedeuten natürlich, dass die Altcoins hier enorm pumpen würden. Doch sollte sich das Szenario wieder hier wiederholen, dass wir hier abgewiesen werden, dann könnten wir natürlich nochmal mit einer Korrektur bei den Altcoins rechnen. Onchain technisch habe ich auch hier etwas sehr, sehr Interessantes für den Bitcoin gefunden. Und zwar Bitcoin Total Supply in Loss held by Long Term Holders. Das heißt, wir sehen hier etwas sehr, sehr Interessantes. Immer wenn wir hier diese Zone hier nach oben durchbrochen haben, hier grün dargestellt, war es so, dass wir hier kurz vor dem Boden statt nur noch eine leichte Korrektur gesehen haben. Und immer wieder, wenn wir diese Zone dann nach unten hin durchbrochen haben, hier rot gekennzeichnet, haben wir den nächsten Bull Run gesehen. Dann ging es hier weiter natürlich erstmal wieder, dass wir hier dann angestiegen sind. Diese Zone hier, die ebenfalls exakt in dieser Höhe ist, wurde nach oben hin durchbrochen. Wir sehen, Bitcoin Preis kurz vor dem Boden hier, Boden geformt. Und dann hier an dieser Stelle nach unten hin durchbrochen und dann ging der nächste Zyklus los. Ebenfalls hier nochmal jetzt kurz vor dem Boden, hier nach oben hin durchbrochen, Boden gebildet, runter. Und jetzt befinden wir uns exakt wieder an dieser Zone. Das heißt, sollten wir hier jetzt weiter runterkommen, dann könnte der nächste Bull Run starten und werden den nächsten Zyklus. Das würde sich wiederholen wie in den letzten drei Malen. Das ist ebenfalls eine sehr, sehr interessante Theorie, die ich hier weiterhin natürlich beobachten werde. Das war es auch schon mit dem kurzen Update heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir unbedingt ein Like da. Abonniert diesen Channel, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Updates mehr zu verpassen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Update. Ich wünsche euch die Glocke, um die Glocke, um die Glocke zu verpassen.